hallo und willkommen zum neuen let's play call of duty world at war ja ich habe eigentlich gesagt dass ich kein call of duty mehr let's play werde aber na gut ich sag mal kein neueres call of duty aber ich habe jetzt gesagt ja ich werde world at war machen weil ich das eigentlich sehr geil fand weil es hat auch ein älteres let's play quatsch eine älteres call of duty ist ja und ihr fang einfach mal an außer dort viel spaß ja ich glaube es ist ein bisschen leise und ja genau müssen wir gleich nochmal gucken ja ja das ist zweite weltkrieg und der drecksschirmen ich glaube es geht los na ja 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 machina toll nicht viel mehr als sand bäume und eine kleine japanische militärbasis das aufklärungsteam ist vor beinahe einer woche dort gelandet seitdem haben wir nichts es warten hat ein engel wir gehen rein und das sind wir wissen sind sie schon tot und das wenige dass wir über die japanische haben die wissen zutrifft wäre es wohl besser für sie so klicken zum starten ich mache noch mal ein ganz also wir gucken dass wir das jetzt hier sempervieh oder so mark im atoll südpazifik 42 halten sie ihr schweigen für ein zeichen von stärke von stärke das ist keine stärke das ist dummheit wir verraten denen gar nichts sind alle amerikaner so das war eine blöde idee ja ja die 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 und von So, und damit noch mal herzlich willkommen hier zur Exxon-Stoß-Tropfe-Schein. Oh, nein, die Ausstocher werfen schon Granaten. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich glaube, die sind erledigt. Wir haben den hier gewärmet. Japaner! Auf die Flakke! Sie dürfen uns nicht auf Zingeln! Ah, das ist, was das nicht vor ausgesehen war. Server-Renoten mal. Oh. Ja, so eine Granate. Oh ja, hier geht's in der ersten Mission direkt schon richtig heiß her. Was war mit dem Wasser los? Ja, er brennt, mein Gott. Kann ich mir nicht so eine Gewehrfassung nehmen? Wow, ey! Voll das Ganze! Ja, das ist aber schon mal. Jetzt haben wir noch mal ein paar andere Weile. Ich halte Sie für Eure Feuerschutz! Lade weit! Sie kommen hierher! Boah, jetzt hab ich keinen Ducken drin, ey, das war das mal kurz, ganz kurz. ok sowas behindert ist hier echt den hätten wir kontrollpunkt erreicht sehr gut ja das nirg ein schuss haben erledigt das ist die japaner westentasche augen offenheit ja wir befinden uns schön auf irgendeiner insel im pazifik natürlich ja das spiel macht der unterstützungsgruppe sollte jede minute hier eintreffen beeilung los, Männer das funky-riff von dem ist schon geil ein riesenteil oh ja, ja, ich verlobisch die 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 Oh, mein Gott, wie schrecklich! Ich hätte eigentlich nichts gegen euch, aber alles! Schau! Wir sind genau da! Lass uns schießen! Oh, ich dachte, das ist tot! Ich habe keine Moonbangs mehr. Alle hier hören! Ich will den Rest kurz und schmerzlos über die Bühne bringen! Verstanden? Kurz und schmerzlos! Was zum Teufel! Wir haben ihn nicht mehr verletzt! Wir bleiben nicht mehr! Wir bleiben nicht mehr! Ich bin nie mehr! Schmerzlos! Ich bin immer noch! Ich bin nicht mehr! Oh fuck Oh fuck Ja, frisst das Das ist auch nicht gut, ja Alter, mach Platz Dankeschön für die Munition Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, ich bin verletzt Ja, na klar So F*** dich Boah Achtung, sie kommen näher Das Ziel ist gleich nach vorne, los rein Robach, der Truck muss in das verdammte Lager Machen sie mit ihrem Messer ein Loch in das Fass Hehehe, mach ich Boah 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 Warte mal, gibt's irgendwas cooles Boah, lauter Arterdruck geschossen Mächtig cool Boah 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 Ja, vielen Dank, ja super Ich bin schwerwollend, schafft mich hier raus Schafft mich hier raus Nein, da kommt einer noch Ich sehe kein Feuerwerk Und damit haben wir die erste Mission geschafft Danke fürs Zusehen Leute, bis zum nächsten Mal, ciao